Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.bluetooth-lautsprecher-infos.de. Heute schaue ich mir ein Modell von Wharfdale an. Da bin ich sehr gespannt, denn von dieser Firma besitze ich HiFi-Lautsprecher, also an meinem AVR-Receiver. Da hängen zwei Lautsprecher von denen und ein Subwoofer. Und von denen gibt es auch einen Bluetooth-Lautsprecher und den schaue ich mir jetzt mal an, beziehungsweise das ist jetzt einer, die haben natürlich mehrere Modelle, so wie fast immer. Und es handelt sich hier um den Exxon M. Dann haben wir hier noch die Nummer B2201, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall heißt das Modell Exxon M und der Lautsprecher ist IPX67 wassergeschützt. Er hat einen 500 mAh Akku. Es gibt ein Licht an der Seite, was wir aktivieren können. Dann True Wireless Stereo, also klar kabellos Bluetooth. Es gibt ein Mikrofon. Es gibt einen DSP mit Bass und also einen dynamischen Equalizer. Also der Lautsprecher hat wohl einen Equalizer verbaut, das werden wir sehen. Und dann gibt es hier noch ein One-Button-Foto. Das heißt wohl, man kann wohl vom Lautsprecher aus die Kamera des Handys aktivieren, beziehungsweise den Fotomodus und ein Bild machen. Das werde ich mir aber genau anschauen. Wie gesagt, Wharfdale ist hier der Hersteller, sehen wir hier oben. Und auf der Rückseite hier sehen wir dann nochmal das Gleiche. Also hier sind nochmal die gleichen Daten. Und ja, auf der Seite hier das Modell hier in schwarz. Es gibt es hier in verschiedenen Farben, unter anderem auch in Camouflage. Da haben wir auch nochmal den Hinweis LED Flashlight, also Taschenlampe quasi, wassergeschützt, staubgeschützt, lange Laufzeit, DSP-X-Bus, also den Equalizer-Modus. Und auf der Seite hier steht dann nochmal Akku, also zweimal 2500 mAh, das habe ich ja bereits gesagt. Er gibt 5000 mAh Akku, 12,5 Watt zweimal. Und es gibt auch einen 3,5 mm Klinkeanschluss. Aber das war es jetzt hier erstmal von der Verpackung. Und jetzt beginne ich mal mit dem Unboxing. Und dann schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Hier oben haben wir erstmal einen kleinen Karton, den nehme ich heraus. Und im Inneren hier sehen wir den Lautsprecher. Da ziehe ich mal direkt alles heraus. Dann kann ich nämlich hier den Karton beiseite stellen. Hier oben haben wir wie immer Silikagel, das sich hier keine Feuchtigkeit ansammelt. Das Silikagel wird wieder getrocknet. Ich entferne jetzt mal hier diese seitlichen Schutzpolster. Und dann ist der Lautsprecher hier noch einmal in einer Schutzfolie verpackt, damit hier nichts verkratzt und so weiter. Die entferne ich jetzt auch einmal. Das hier ist der Lautsprecher. Den seht ihr hier. Der sieht auf jeden Fall schon mal wirklich sehr, sehr schick aus auf den ersten Blick. Wir haben ja auch wieder dieses Textilmaterial, was wir schon von so vielen Lautsprechern kennen. Das mögen die Leute. Und hier oben haben wir einen Metallgriff. Also das ist Metall hier oben. Dieser Griff, wo hier auch wieder Warfdale draufsteht. Und hier haben wir einen Knopf, um die Lampe an der Seite zu aktivieren. Da der Akku schon leicht geladen ist, seht ihr das gerade auch. Das heißt, wenn ich hier seitlich drücke, geht hier die Lampe an. Und jetzt blinkt die zum Beispiel. Und jetzt Stroboskop-Modus und wieder aus. Dann gibt es hier oben verschiedene Knöpfe. Minus plus Lautstärke eben hoch und runter. Play, Pause. Und dann hier oben den A- und Aus-Knopf. Das hier ist ein Knopf, wo ich jetzt noch nicht weiß, was der soll. Da ist so ein Zahnrad und so eine Kette. Dann sind hier zwei LEDs. Und hier haben wir, das sieht aus wie eine Bluetooth-Taste. Was die Tasten natürlich im Einzelnen bedeuten. Das werde ich euch im Anschluss wieder erzählen, wenn ich die Anleitung gelesen habe. Denn das muss ich natürlich auch noch machen. An der Seite haben wir ja auch noch ein Metall-Element. Das seht ihr hier und auch alles verschraubt hier in so einem Rose-Gold gehalten. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, das Teil. Gefällt mir wirklich sehr gut. Dann haben wir hier auch wieder Metall. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier muss man das Ganze irgendwie aufkriegen können. Darunter sind nämlich die Anschlüsse. Genau, hier haben wir einen Ladeanschluss, Micro-USB, den Klinkeranschluss und hier noch einen großen USB-Anschluss. Denn wir können das Ganze ja auch benutzen, um externe Geräte aufzuladen. Dabei wird natürlich dann der interne Akku entladen. Ja, das ist hier auf jeden Fall alles aus Metall. Und das ist so eine Gummiklappe. Die kann man hier wieder verschließen. Wie gesagt, das hier ist wirklich Metall. Das ist wirklich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und diese Elemente, diese Rose-Gold-Elemente an dem Lautsprecher sind alle aus Metall. Das macht das Ganze natürlich wertig. Und auf der Unterseite haben wir hier dann noch den Gummisockel, sage ich mal, den Gummisockel. Da steht das Ganze dann eben rutschfest und entkoppelt auch leicht. Das war es jetzt schon an den Elementen, die ich jetzt so weit feststellen konnte. Und der Lautsprecher gefällt mir wirklich gut. Sieht sehr schick aus, sehr modern. Mir gefällt das Metall und auch hier diese Farbe. Wie gesagt, es gibt den in verschiedenen Farben. Da kann ich euch mal im Artikel und unten die Seite verlinken, wo ich das Ganze gekauft habe, beziehungsweise was es da für eine Farbauswahl gibt. Okay, das war es jetzt hier vom Unboxing, beziehungsweise... Nein, stopp, ich habe noch vergessen, das Zubehör mir anzuschauen. Den Karton hatte ich jetzt fast vergessen. Das hier ist der Karton. Und zwar, da haben wir folgendes... Wir haben hier erst einmal eine kleine Anleitung. Exxon M. Und da schaue ich jetzt mal ganz kurz rein. Und zwar hier oben haben wir das Ganze auf Englisch. Auf der Rückseite auf Chinesisch. Ja gut, okay. Wir haben das Ganze hier nur auf Englisch. Allerdings ist das hier recht selbsterklärend. Und ich werde auch in dem Video und im Artikel alles erwähnen. Das heißt hier, falls ihr kein Englisch könnt, die Anleitung braucht ihr nicht unbedingt. Denn in dem Video erkläre ich euch auch alles. Die Anleitung lege ich jetzt mal beiseite. Was wir hier auch noch zu guter Letzt haben, ist so ein sehr, sehr schickes USB-Kabel. Das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Das ist hier Leder ummantelt. Das ist ein Lederartig, Kunstleder oder Leder. Das kann ich jetzt so nicht genau feststellen. Es fühlt sich aber an, wie Leder sieht auch so aus. Es handelt sich um einen USB-C-Stecker. Und wir haben hier auch wieder Metall um die Stecker selbst. Quasi passend zum Design des Lautsprechers im Endeffekt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Das war es jetzt hier vom Lieferumfang. Und jetzt im nächsten Schritt werde ich wie immer hier Testaufnahmen durchführen. Ich werde mir alle Elemente genauestens anschauen. Ich werde wieder sehr, sehr viele Fotos machen. Einen Testartikel gibt es natürlich auch wie immer. Und da gibt es dann eine große Bildergalerie und mehr. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter im Test. Aufladen und Pairing. Im ersten Schritt habe ich den Lautsprecher mit dem schicken USB-C-Kabel an den Strom angeschlossen und aufgeladen. Sobald wir den Exxon M an den Strom anschließen, beginnt die blaue LED unter dem Griff blau zu blinken. Der Ladevorgang hat ca. 3 Stunden gedauert und wenn der Akku voll geladen ist, dann leuchtet diese LED permanent blau auf. Die Spielzeit liegt bei etwa 8 Stunden, wenn wir die Lautstärke auf etwa 70% stellen. Wenn wir dagegen leise ein Hörbuch hören, dann ist die Laufzeit höher. Die Laufzeit hängt bei allen Bluetooth-Lautsprechern generell immer von der Lautstärke und der Art des abgespielten Tons ab. Wenn wir den Lautsprecher das erste Mal anschalten, dann geht er in den Pairing-Modus. Wir können das Pairing aber auch über die Bluetooth-Taste manuell aktivieren und dann ertönt ein Hinweiston. Dazu muss die Bluetooth-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt werden. Die blaue LED neben der Bluetooth-Taste blinkt nun blau, was uns zusätzlich anzeigt, dass der Lautsprecher bereit für eine Verbindung ist. Anschließend wird der Lautsprecher wie immer in den Bluetooth-Einstellungen ausgewählt. Fertig, los geht's. Bedienelemente, Anschlüsse und Funktionen Der Lautsprecher hat auf der Oberseite sechs mechanische Tasten. Die erste Taste links oben ist die Power-Taste zum An- und Ausschalten. Diese wird drei Sekunden gedrückt, um den Exxon M eben an- oder auszuschalten. Drücken wir diese einmal kurz, wenn der Lautsprecher bereits an ist, dann leuchtet die Lade-LED auf und diese zeigt dann den Batteriestatus als Farbcode an. Weiß bedeutet Akku mehr als 75%, blau 25-75% und rot besagt unter 25% bzw. Aufladen nötig. Direkt daneben befindet sich die sogenannte TWS-Taste. Mit ihr können zwei Exxon M-Modelle zu einem Stereo-Paar verbunden werden. Daneben gibt es dann noch die bereits erwähnte Bluetooth-Taste, welche wir drei Sekunden drücken können, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Unten im Bild befindet sich hier die Mediensteuerung. Wie fast immer gibt es hier eine Plus- und eine Minus-Taste sowie eine Play-Pause- bzw. Multifunktionstaste. Mit der Plus- und Minus-Taste wird die Lautstärke reguliert. Drücken wir diese Tasten jedoch für drei Sekunden, so wird ein Lied vor- oder zurückgesprungen. Plus ist vor- und minus-zurück. Eigentlich selbsterklärend. Mit der Play-Taste wird die Musik pausiert oder fortgesetzt. Drücken und halten wir sie drei Sekunden, so wird ein einkommender Anruf abgelehnt. Das Telefonieren über das Mikrofon des Lautsprechers empfehle ich allerdings nicht. Hört euch später einfach die Testaufnahmen mit dem Mikrofon an, dann wisst ihr wieso. Der Exxon M verfügt allerdings noch über ein Licht. Das ist jetzt nicht ultra stark, aber im Dunkeln kann das schon mal nützlich sein, wenn man das eben zusätzlich dabei hat. Ich zeige euch das hier einmal kurz im Video. Für die Steuerung gibt es eine Taste auf dem Griff. Mit ihr können wir drei Modi durchwechseln. Normales Licht, SOS und Stroboskoplicht. Das Licht ist besonders beim Camping, Lagerfeuer, beim Zelten oder anderen Aktivitäten im Dunkeln sehr praktisch, wenn man zufällig mal gerade keine Taschenlampe dabei hat. Der Wharfdale Exxon M hat an der rechten Seite ein Metallelement. Wie er in der Beschriftung bereits zu erkennen ist, befindet sich dahinter ein 3,5 mm Klinkeranschluss, der bereits bekannte USB-C-Ladeanschluss und zu guter Letzt noch ein großer USB-Anschluss. Über diesen großen USB-Anschluss können wir externe Geräte wie beispielsweise ein Smartphone notfalls aufladen. Somit kann der Lautsprecher quasi auch als kleine Powerbank verwendet werden. Das ist generell jedoch nur in Notfällen empfehlenswert, da es ja den Akku des Lautsprechers logischerweise entlädt. Design und Verarbeitung Zuerst einmal gefällt mir das Design sehr gut. Der große, breite Griff mitsamt dem Knopf ist aus Metall und das gesamte Design des Exxon M erinnert mich irgendwie an Elemente aus einem Science-Fiction-Szenario. Ich persönlich mag das. Auch das Seitenelement, hinter dem sich die Anschlüsse befinden, ist aus Metall und wir sehen hier auch die Schrauben. Bei der Lampe auf der linken Seite ist das Befestigungselement auch aus Metall und auch hier verschraubt. Die Schutzabdeckung der Lampe ist dagegen aus Kunststoff. Der Lautsprecher selbst ist mit Textilmaterial überzogen, welches wir schon von vielen anderen Modellen kennen. Dieses Material ist auf jeden Fall sehr populär bei den Lautsprechern. Die restlichen Elemente bestehen aus Kunststoff und auf der Unterseite befindet sich ein rutschfester Gummifuß, der zugleich auch entkoppelt. Der Exxon M ist IPX7 wasserfest. Das bedeutet, dass wir ihn theoretisch für 30 Sekunden in bis zu 1 Meter tiefes Wasser tauchen könnten. Das auszuprobieren ist allerdings etwas sinnfrei. Wichtig ist auf jeden Fall, dass er eine Dusche oder auch ein paar Wasserspritzer eben aushält, zum Beispiel am Pool. Der Exxon M ist etwa 25 cm lang, ca. 10,5 cm tief und hoch. Sein Gewicht liegt bei ca. 1217 Gramm. Damit ist er kein Ultraleichtgewicht, aber er kann problemlos am Griff durch die Gegend getragen werden. Mir gefällt das Design und die Verarbeitung soweit wirklich sehr gut. Klang Der Exxon Mmak Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Klang gefällt mir erstmal für den Preis und die Größe gut. Es ist ein gerichteter Lautsprecher und er klingt am besten, wenn er auf den Hörer ausgerichtet wird. Wenn er falsch ausgerichtet wird, zum Beispiel von hinten, dann klingt er dumpf. Der Lautsprecher steht korrekt, wenn die Lautstärketasten und die Play-Pause-Taste nach vorne zeigen. Er hat vorne zwei Treiber verbaut, einen links und einen rechts. Außerdem befinden sich noch zwei passive Radiatoren im Inneren bzw. auf der Rückseite. Die maximale Lautstärke in ca. 2 Metern Abstand beträgt 82 bis 83 Dezibel. Auf der maximalen Lautstärke kommt der Bass aber wie so oft nicht mit und der Klang wird unausgeglichen. Dieses Phänomen habe ich bisher bei so gut wie allen kleinen Lautsprechern festgestellt. Bis zu 80% der maximalen Lautstärke ist der Klang aber gut und der Bass kommt mit. Zum Hörbücherhören eignet er sich auch, denn er schneidet am Anfang von Sätzen nicht ab. Ich habe wie immer mit meinen Standard-Testliedern Probe gehört und zwar so, dass die Vorderseite des X&M auf mich gerichtet ist. Bei einem Rapsong wie Dr. Dre's The Next Episode ist der Bass für die Größe des Lautsprechers kräftig. Auch bei Susan Weggers Gypsy fand ich den Klang gut. Die Stimme ist klar und nicht übersteuert. Ich empfinde die Mitten und Höhen als klar. Bei Maxence Syrines Piano-Version von Where's My Mind klang alles klar und sauber. Bei einem Translied wie Better of Alone kommt der Bass schön zur Geltung, da der Song eine permanente Baseline hat. Alles in allem empfinde ich den Klang für den Preis und die Größe gut. Doch jetzt kommen wir wie immer zur Frequenzanalyse und schauen uns die Daten mal genau an. Wir sehen hier, dass der Bass mit minus 21 Dezibel einen guten Wert erreicht. Danach ergibt sich ein etwas eigenartiger Verlauf, welchen ich mit Hoch- und Talfahrten beschreiben würde. Es gibt hier quasi immer wieder Anstieg und Abfall. Das sieht dann so aus wie in einer Berglandschaft. Es sieht für mich so aus, als ob gezielt gewisse Frequenzen angehoben worden sind. Vermutlich eine interne Abstimmung über die Software. Nur eine Vermutung. In den sehr hohen Bereichen ab 12 kHz fällt der Verlauf dann stetig ab. Zu guter Letzt wie immer noch ein Vergleich mit meinem Wharfdale Diamond 10.1. Wenn ihr den Klang- und die Frequenzanalyse mit anderen Modellen vergleichen möchtet, dann empfehle ich euch hier unbedingt wieder meine Klangvergleichs-Datenbank. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mikrofon Das Mikrofon bzw. die Mikrofonaufnahme ist nicht so wirklich gut. Aber hört selbst, denn hier ist die Testaufnahme. Ich nehme mich jetzt mal hin, direkt vor den Lautsprecher, nähere mich mit dem Mund frontal von vorne. Vorne ist da, wo quasi die Play-Taste ist und die Minus- und die Plus-Taste. Nähe ich mich jetzt mal dem Lautsprecher, spreche direkt in den Lautsprecher frontal hinein, kann mit meinen Lippen jetzt quasi hier den Textilstoff berühren, entferne mich jetzt wieder auf ungefähr 30 cm, trete ganz normal weiter. Ich stehe jetzt auf. Mein Fazit Der Wharfdale Exxon M kostet zum Zeitpunkt des Tests ca. 80 Euro. Er sieht sehr modern und schick aus. Was mir besonders gefällt, ist der große Metallgriff. Auch die Lampe und die Powerbank-Funktion sind für den ein oder anderen interessant, je nachdem, wo ihr den Lautsprecher einsetzen möchtet. Es ist ein Outdoor-Lautsprecher und er ist auch gegen Wasser geschützt. Der Exxon M ist für den mobilen Einsatz recht gut geeignet und kann dank seines Metallgriffs gut getragen werden. Ich würde ihn zwischen dem Flip 4 und dem Charge 4 ansiedeln. Klanglich gefällt mir persönlich der Exxon M auch. Wie immer gilt das alles im Verhältnis zum Preis und der Größe. Denkt da bitte dran. Ich habe eine Klangvergleichs-Datenbank erstellt. Dort könnt ihr die verschiedensten Modelle auswählen und den Klang und die Daten miteinander vergleichen. Link unter dem Video. Beim Ein- und Ausschalten macht der Lautsprecher übrigens ein recht lautes Geräusch. Das stört manch einen eventuell, deswegen wollte ich das auch erwähnt haben. Mir persönlich ist das allerdings egal. Hier einmal kurz die Geräusche anschalten, verbinden, ausschalten. Das war ein weiterer ausführlicher Testbericht von mir und ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Den Link zum Testartikel, der Vergleichs-Datenbank und zum Produkt selbst findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Also, ich bin raus. Das war's von mir.